Hey Leute, ich hoffe euch geht's allen gut. Julia und ich sind schon wieder im Nöstau, denn wir haben richtig Lust auf noch eine Challenge und ich habe mir was ganz tolles überlegt, vor allem für mich, für mich überhaupt nicht, denn ich habe jetzt sieben Minuten Zeit, mir alles auszusuchen, was ich haben möchte und halt so viel wie ich tragen kann. Also wenn ich irgendwas nicht mehr halten kann und irgendwas runterfällt, dann kaufte du das nicht, aber den Rest muss sie alles für dich bezahlen. Leute, sieben Minuten, das ist so cool und ich würde sagen, so wir starten jetzt gleich mal den Timer, ich komme näher ran, sieht man das jetzt schon? Ja, man sieht auch mich schön in der Scheibe spiegeln, toll, aber man erkennt es ja. Wunderbar, dann Marina bist du bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig, los. Auf geht's. Wie viel wie du in den Händen tragen kannst, nicht in deinen Kleinen, wie viel ich allgemein in den Lägen halten kann. Das sind wie ein Spring-Satoment oder so. Süß. Passt aber nicht gut in die Tasche. Nicht nur am besten. Eigentlich schon aber gut machen. Oh! Aber welche nehme ich? Ich weiß nicht, ich werde es nicht mehr auf einschauen. Wenn du später noch wieder zu deinen Händen fährst, dann kann ich das Gittel noch so fliegen. Einfach in Schwarz. Die Uhr tickt. Welche Größe ist das? Das ist ein großer von dem, oder? Wie sieht das aus? Die Bandage ist kleiner. Das fehlt nicht. Das fehlt nicht. Das fehlt nicht. So, wir sind nach 4 Minuten. 20. Hab ich schon. Du hast das nur noch an Zeit. Ach so. So ist das für dich Spaß? Ach so wegen Skipping meinst du jetzt? Für dich. Brau nicht passt nämlich. Voll gut, hab ich ja gesagt. Ich weiß nicht, ob es nicht passt. Nehmen wir einfach mal. Wenn sie nicht passt. Wolltest du nicht blau? Nein, war... Wolltest du nicht ein blaues Set für Melanie holen? Ist doch braun geworden. Ja, aber das ist nur die eine Schwarz. Die Idee hast du sie gebracht. Ich brauche noch Strecke. Strecke kann ich auch gebrauchen. Ich habe einen braunen Brauriegel. Die Kugendecke. Du hast nicht mehr so viel Zeit. Drei Minuten dreißig. Und eine neue Winterdecke für ins Kittel. Kann ich auch noch gebrauchen. Pollen. 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 Wir haben aber keine Vollblumen. Haben wir nur Pollen oder Pollen? Ja. Ne, oder? Aber die Ohren dehnen sich ja. Das passt ja schon von mir. Das kannst du nicht nehmen. Oder nicht? Das ist ja deine Entscheidung. Wie lange genug? Drei Minuten. Okay, drei Minuten noch. Diesen Stricke. So. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Wo? Geht geradeaus. Hier rechts vielleicht? Hängen welche? Da vorne hängen auch noch braune, glaube ich? Ja. Es wird langsam eng auf dem Arm. Komisch, ne? Wie viele Zeit habe ich noch? Einhundertundzwanzig. Einhundertundzwanzig. Ganz wenig abmachen. Ja. Die hier? Ja. Ein Klett ist leider hängen geblieben, aber... Was ist das? Das gebe ich dir gleich. Ist das die richtige Größe? Ja. Ich brauche Hilfe, Julia. Ich kriege das nicht aus. Das gehört noch dazu. Gibt mir für den Skit! Gibt mir für den Skit! Ja. 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 Das könnte als letztes Produkt werden. Und ich bin fertig. Vielleicht finden sie noch ein Fliegenspray oder so. Ne, das haben wir ja alles. Wie Gerd? Wolltest du noch? Hab ich schon. Hier, 3, 2, 1, 0. Yay! Das war der Timer. Die Zeit ist abgelaufen. Also, ich zeig euch jetzt mal, was ich alles hier so gefunden habe. Erstmal habe ich hier so Mähnen... Ne, das ist nicht Verzieh. Aber hier steht Verzieh drauf. Aber das ist so ein Mähnenkampf, wenn man Pferde einnäht. Julia hat ja auch keinen mehr. Deswegen habe ich ihr direkt ein mitgenommen, weil ich so eine teile Schwester bin. Dann habe ich für Bellamy, weil die ja immer so Langeweile hat und so, so ein Spiel... Also nicht so ein Spielzeug, aber das ist so ein Leckstein. So mit süßem Geschmack. Aber hier in so einem Ding pack ich das rein, damit ich das in der Box so hin und her schmeißen kann. Dann habe ich eine Fliegendecke fürs Turnier. Die kommende Zeit. Ich habe hier... Das ist zwar nicht ganz schwarz, aber ich habe ja schwarze Transportgemaschen. Und das ist halt so dunkelgrau. Deswegen glaube ich, passt das ganz gut. Dann habe ich noch einen Hufauskratzer, weil meiner wurde geklaut irgendwie. Er ist nicht da und deswegen brauche ich jetzt einen neuen für die Box. Dann für Skid habe ich Fliegenohren mitgenommen, weil der ein bisschen empfindlicher ist im Sommer mit Fliegen. Ja, der schüttelt sich dann so oft. Dann habe ich eine Abschiedsenke. Ich wollte eigentlich eine von Escarol, weil ich mit Escarol einfach so mit am zufriedensten bin. Aber die ist jetzt von Cavallo, denn das war die einzige schwarze. Und ich brauche noch eine schwarze. Und die Bellamy hat auch nur eine Rute eigentlich. Und selbst die hat schon ein Loch, weil Jungpferde machen dich ja gerne mal Löcher in die Decken rein. Und dann habe ich noch neue Gamaschen für vorne, weil die sind auch irgendwie verschwunden. Und für hinten habe ich die noch und Glocken habe ich auch noch. Und deswegen habe ich mir jetzt für vorne noch welche geholt. Dann habe ich hier so eine Bürste, die war richtig schön weich und die Bellamy mag das im Gesicht gerne. Deswegen habe ich die ihr mitgebracht oder nehme ich ihr die mit. Dann habe ich hier Sporenriemen, da muss ich gleich nochmal gucken, ob das wirklich meine richtige Größe ist. Aber die haben hier so Glitzerfreienchen. Finde ich sehr schön. Dann habe ich mir einen schwarzen Strick, weil die hat ja jetzt dieses Lederhalfter in schwarz. Und da habe ich immer nur einen grauen gehabt, deswegen brauche ich jetzt einen schwarzen. Dann habe ich aus der neuen Kollektion diese Schabracke hier mit dem Glitzerrand. Und dazu natürlich auch die Bandagen. Aber irgendwie sieht das blau anders aus. Das hier ist nur dran geklebt oder was? Ah ja, das kann man so abmachen. Aber ist trotzdem ja dieselbe Farbe. Genau, mit den passenden Bandagen. Und dann habe ich mir aber auch noch eine braune von Kentucky geholt. Und dazu auch noch die passenden Bandagen. Ja, ich würde sagen, das wäre echt viel. Mir fällt gerade ein, dass ich noch was anderes gebraucht hätte. Aber naja. Ich bräuchte Bandagierunterlagen. Ich bin nicht so happy. Hallo. So. Was? Okay. Da war das Piefen. Oh. Geheimsam. Die bleibt geheim. Da wollen wir nicht zeigen, ne? Nein, nein. Sonst klappt die noch kein Geld. Deswegen sei sie. Julias. Ich hätte ja so viel niemals aufzählt. Danke schön. Danke. Tschüss. 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 Also, ein ganz großes Dankeschön. Das war jetzt wirklich mehr Geld als ich dachte. Vor allem, weil ich mir selber eigentlich gar keinen Kopf gemacht habe, was ich brauchte. Ich wusste nur, dass wir diesen Man Come da brauchen zweimal. Das war auch das günstigste mit seinen 1,30 Euro. Ja, und jetzt ist es noch ein bisschen mehr geworden. Aber, naja. Ich habe mir der Geil total groß geschwächt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Vielleicht müssen wir das auch mal anders machen. Einfach drehen. Ja, da wäre ich für. Ich nicht. Aber vielleicht habt ihr ja sonst mal andere Challenges. Die könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir das mal andersrum drehen sollen. Vielleicht habt ihr auch ganz andere Challenge-Ideen. Die könnt ihr auch gerne runter in die Kommentare schreiben. Vielleicht irgendwie so eine Blind-Challenge oder so. Ich glaube, das könnte auch ganz witzig werden mit uns beiden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.